Kaisersdamm Zum Wendegewände und zum Zentral-Omnibus-Bahnhof, bitte hier aussteigen. Please change here for exhibition grounds and central bus station. Ausstieg rechts. U2 nach Pankow. Einsteigen bitte. Zurück bleiben bitte. So viel Charlotteplatz. Ausstieg rechts. 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 U2 Bismarckstraße Übergang zur U7 Ausstieg rechts Ausstieg 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ausstieg recht Untertitelung des ZDF, 2020 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 U2 nach Pankow, einsteigen bitte. Zurück bleiben bitte. Zurück bleiben bitte. Neuendorfplatz Übergang zur U1, U3, U4 und Soyel wie Mobilitätsstation. Ausstieg rechts. Durchsicht auf. Durchsicht auf. Durchsicht auf. Durchsicht. Das war's für heute. U2 nach Pankow. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Üdowstraße. Ausstieg rechts. Untertitelung des ZDF. U2 nach Pankow. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Gleis Dreieck. Übergang zur U1, U3 und zur Yevi Mobilitätsstation. Bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Please mind the gap between the train and the platform. Du siehst auf das Schatten. Du siehst auf das Schatten. Das Schatten ist auf der KM4น. Du siehst auf dem KM4. Hier ist es. Dankeschön. U2 Zurück bleiben bitte! Mendelssohn Bad Holdi Park Ausstieg rechts U2 Nach Falco Einsteigen bitte! Zurück bleiben bitte! Potsdamer Platz Übergang zum Regionalverkehr und zur S-Bahn Bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante Bitte minde die Gap zwischen der Train und der Plattform und zur S-Bahn und zur S-Bahn-Ampfer R % um zur S-Bahn-Ampfer Zurückbleiben, bitte. Mohrenstraße. Ja, ich glaube, Sie müssen uns schenken. Ja, ich glaube, Sie müssen uns schenken. Nein, geht es los. Ja, ich glaube, Sie haben ihn schonorgen. Ja, ich glaube, Sie müssen uns schenken, Sie gehenson. Das ist ein Lieblingshof. Ruf 2 nach Pankow, einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Stadtmitte Übergang zur U6. U2 nach Pankow, einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Pankow, einsteigen bitte. Bitte beachten Sie beim Aussteigen, die Lücken zwischen der U2 und Altsteinpante. Pankow, einsteigen bitte. Pankow, einsteigen bitte. Pankow, einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Pankow, einsteigen 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 bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 U2 nach Pankow, einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Klonner Straße, bitte behalten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteinkante. Please mind the gap between the train and the platform. Untertitelung des ZDF, 2020 U2 nach Pankow, einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Alexanderplatz. Übergang zum Regionalverkehr, zur S-Bahn, zu U5 und U8. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020